Die Zukunft braucht uns alle. Das ist mein Beitrag. Ähnlich wie in einer Bibliothek kannst du bei uns Alltagsgegenstände auslehnen, die du nicht tagtäglich brauchen tust. So ganz nach dem Motto «Nutzen und nicht besitzen» bringen wir Gegenstände in Umlauf, die sonst bei dir sinnlos im Schrank liegen bleiben würden. Und so fördern wir einen bewussten Umgang mit Ressourcen. Und das ist das Leilagen, das wir am 15. Februar 2020 eröffnet haben. Das Konzept des Leilagen haben wir mega cool gefunden und wollten es unbedingt nach Basel bringen. Darum waren wir eigentlich schon zwei Jahre vor der Eröffnung an der Konzeptphase dran. Ursprünglich waren Felix, Meret und ich, aber mittlerweile zählen wir schon gegen die 20 Leute, die an diesem Projekt beteiligt sind. Auslehnen kann man bei uns mega einfach. Du gehst in den Online-Katalog, suchst deine Objekte zusammen und schickst eine Reservation ab. Du kannst aber auch anrufen oder direkt zu der Öffnungsseite bei uns vorbeikommen. Dann kannst du die Objekte mit nach Hause nehmen, nutzen und dann wieder zurückbringen. Alternativ gibt es auch den Lieferservice. Dieser bringt dir die Objekte und holt sie auch wieder bei dir ab. Unser Sortiment ist mega vielseitig. Nebst Reise- und Campingmaterial haben wir auch Werkzeuge, Küchenartikel, Reinigungsgeräte oder auch Partyequipment. Ich freue mich jedes Mal, wenn die Leute den Weg zu uns ins Leilagen finden und dann mit einem niceen Smile rauslaufen. Und das ist unser Beitrag für ein ressourcenschonender Umgang für die Zukunft. Und das ist unser Beitrag 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 für die Zukunft. Vielen Dank.